Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die bis ins Jahr 2030 erreicht werden sollen, sind ehrgeizig. Es braucht die Zusammenarbeit vieler öffentlicher und privater Partner und den Einsatz aller verfügbaren Instrumente, einschliesslich der Normungsarbeit. Mein Name ist Rönne Wassmer. Ich bin der Vorsitzende des Normenkomitees Umwelt und Nachhaltigkeit. Zusammen mit meinen Kollegen, den Nachhaltigkeitsexperten, leisten wir internationale Normenarbeit und unseren Beitrag, damit insbesondere das 13. Nachhaltigkeitsziel der UNO erreicht werden kann. Wendet Ihr Unternehmen bereits ein betriebliches Umweltmanagement nach ISO 14001 an? Das Normenkomitee Umwelt und Nachhaltigkeit war bei der Entwicklung der Norm federführend. Die Norm legt Anforderungen fest, mit welchen die Organisation vordefinierte Verpflichtungen erfüllen, Umweltleistung verbessern und eigene Ziele erreichen kann. ISO 14001 leistet zusammen mit klimaspezifischen Normen einen Beitrag, damit Aufklärung und Sensibilisierung verbessert werden und die Reduzierung von Klima-Auswirkungen schneller und effektiver erfolgt. Insbesondere leisten 25 derzeit klimaspezifische Normen, Vorgehens, Support zur Risikoreduktion und Chancennutzung, wenn es um diese Klima-Auswirkungen und Anpassungsstrategien geht oder eben um den Einsatz technischer, organisatorischer oder ressourcenmässiger Massnahmen. Engagieren auch Sie sich für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Beteiligen Sie sich an der Normungsarbeit und werden Sie SNV-Mitglied.